Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Project Gotham Racing. Ich vergesse immer, wie das Spiel heißt. Und ja, wir werden heute versuchen, hier die Arcade-Rennen wiederzufahren. Und ich hoffe, dass wir mit Lotus Elise hier einigermaßen zurechtkommen. Und hier, San Francisco, 2400 Punkt, meine Güte. Da werde ich das mit Driften übertreiben. Hier übrigens, Skyline GTR, werden wir bestimmt auch mal fahren. Denn die Werte sehen alles ziemlich gleichmäßig aus. So wie Mario eigentlich immer. Wenn du Super Mario spielst oder irgendein Super Mario-Game zockst, dann ist eigentlich Mario immer der, der immer alles gleich hat. Die ganzen Werte immer gleich sind. Das ist sozusagen der Mario unter den Wagen hier. So, ich habe echt Schiss hier. 2400 Punkte, das ist echt krank. So, jetzt aber. So, und. Ah, Mist, ey. Ich wollte eigentlich die Punkte mitnehmen hier. Opa, nein. Okay. Man sieht ja auch schon übrigens Rekord. Hier 1400 Punkte. Ich habe schon Offscreen, also vorher ausprobiert. Also nicht hier mit dem Wagen, sondern mit dem Ok-Speedster noch. Ich habe nicht mal das Bronze geschafft. Also, das wird echt heftig. Ach, Mist, ey. Ich habe jetzt die Wand touchiert. Ich muss aber auch schnell sein. Also, wir dürfen jetzt nicht übertreiben. Mit Drifts und so. Na, Mist, ey. Ja, okay. Ich übertreibe das ja mit Drifts wieder mal. Rest los. Okay, wir haben wenigstens hier Punkte bekommen für den Spring, glaube ich, war das. Jo, also hier überhaupt eine Bronze zu kriegen, ist echt fast unmöglich, ey. Ja, komm, bitte springen, springen, jawohl. Ich muss wieder, ich rede wieder recht wenig, wie er sicherlich merkt gerade, weil ich wirklich aufs Fahren mich konzentrieren muss, ey. Meine Fresse. Ah, okay, jetzt können wir hier guten Multiplikator zusammen, nice. So, aber niemals hier den blöden... Jawohl. Nein, zu früh abgegeben. Aber wir haben jetzt schon tausend Punkte. Okay, okay, okay. Ich glaube, das schaffen wir. Also, ich glaube, das schaffen wir hier, Gold. Alter, das ist aber wirklich echt eine Mammutaufgabe hier. Also, der Wagen ist wirklich gut zum Pfüften geeignet. Also, ist jetzt das beste Fahrzeug, was wir zum Pfüften haben. Okay, ich habe die blöde Kurve nicht getroffen, ey. Ja, habe ich vergessen, zu sagen am Anfang, in der Videobeschreibung, beziehungsweise, wenn ihr vorspielt das Video, dann könnt ihr dann die ganzen Gold-Runs sehen, sozusagen. Also, ich sehe, ich sehe die ganzen... Aha, blöde Markierungen, ey. Blöde Markierungen, ne? Ich glaube, ich werde den ganzen Part damit verbringen, hier nur diese blöde Arcade-Rennen zu machen, ey. Okay, das war richtig knapp, ey. Ja, ja, so früh abgegeben hier, die Punkte. Jawohl, noch die Punkte mitgenommen. Ja, nice. Läuft immer noch weiter. Sehr schön. Okay, jetzt hier muss ich aber abgeben. Jetzt müssen wir auf diesen Hügel hier aufpassen. Genau. Genau diesen Hügel, meine ich. Ich starte nochmal. Ne, ich mache weiter. Ich mache weiter. Niemals aufgeben, mein Motto. Scheiße, ich habe die Speedzone verpasst. Oh mein Gott, okay. Wir können wieder neu starten. Also, Silber schaffen wir easy. Das steht schon mal fest. Gold ist aber halt nur das Problem hier aktuell. Okay, super. Ach, Mist, ey. Ich habe nicht gedriftet. Wieso habe ich nicht gedriftet? Ach, es geht noch weiter. Super. Okay, leider nicht mehr. Oh nein, ich kriege die Kuppe nicht. Oh, Junge. Warum ist die Strecke so verdammt eng, ey? Sehen wir hier bei Zetatiaaria? In Kantorismo, oder? So. So, jetzt ziehe ich mal die Kurve ein bisschen besser treffen hier. Oh, das war richtig knapp, ey. Mal wieder. Immer hier schön mit Drift hier entlang fahren. Komm, ich möchte die Punkte mitnehmen. Nein, hat nicht ganz geklappt. Scheiße. Ja, hier hoch zu driften, das ist eigentlich unmöglich. Oh, ich weiß einfach nicht, in welchen Gang ich mal fahren soll, ey. Ja, super. Ich kann jetzt hier die Punkte hoffentlich mitnehmen. Jawohl. Ich sage immer die Punkte, aber das sind eigentlich immer Kudos, was wir hier mitnehmen, sozusagen. Ach, gut. Das ist die letzte Runde jetzt auch. Oh mein Gott. Ah, nein. Zu früh abgegeben, aber das sieht noch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir schaffen hier Gold, glaube ich. Ich glaube, wir schaffen das. Oh nein. Egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich darf nur die blöde Kurve jetzt nicht verpassen. Okay. Jetzt einfach nur safe fahren. Nein. Scheiße. Wir haben richtig viele Punkte verloren, ey. Ah, ich glaube, das reicht nicht. Oder? Doch, das reicht. Huh. Ho, ho, ho. Ja. Meine Güte. Ja. Ganz schnell raus hier, also. Ja, und nicht wundern, wie im letzten Part ist leider auch hier die Aufnahme abgestützt. Das habe ich nur nicht gemerkt. Deswegen habe ich hier schon alles Gold. Ich habe einfach weitergezockt. Das werde ich jetzt alles nachholen nochmal, natürlich. Und nicht wundern, dass ich hier schon alles Gold habe. Und dass ich auch so viele Kudos habe. Und dass ich auch so viele Autos habe. Und so weiter und so fort. Ja. Und wie auch schon im letzten Part erwähnt. Das ist schon etwas länger her, dass ich zuletzt vollständig auf dem Racing gezockt habe. Also zuletzt vor etwa drei Wochen, glaube ich sogar. Deswegen muss ich mich voll und ganz auf die Steuerung hier gewöhnen. Und ich hoffe, dass ich hier einigermaßen zurechtkomme auch. Ich habe da ein bisschen kurz hier nochmal grobe gespielt. Es geht. Es geht. Ich habe das langsam wieder drauf, glaube ich. Und hier schön einmal die Speedzone nehmen. Und vielleicht noch die Punkte mitnehmen. Jawohl. Immer schön die Punkte mitnehmen. Das ist ja, oder cool ist besser gesagt. Das ist ja mein Motto. Und nicht die Wand poschieren. Okay, hier kann ich jetzt auch nicht viele Punkte nehmen. Und dann noch Opala. Und irgendwie ist die Fahrphysik hier komisch, wenn ich hier auf Ritter fahre. Okay, ist auch kein Rallye-Fahrzeug, was wir hier fahren. Ist ja auch ein Supersportler. Ne, was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein Tollcar, glaube ich, in Forza. Also so heißt, glaube ich, die Kategorie Tollcar einfach oder so. So, und jetzt hier mal schön die Punkte mitnehmen. Weiter, weiter, weiter. Okay, ich hätte hier duften sollen. Shit. Jetzt habe ich nicht die Punkte mitgenommen, ey. No, 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 no. Shame on me. Thomas. Thomas Hecht. Ich glaube, einige denken wirklich, dass ich Thomas Hecht heiße mit dem Nachnamen. Ne, ne. Ich heiße Gelm Hecht, weil Gelm Hecht sich einfach ranhört. Als, äh, habe ich zumindest so gedacht als 12-Jähriger, als ich mir den Namen mir ausgedacht habe. Ne, ne, ich heiße... Äh, anders. So, was glaube ich hier wieder? Okay, wir haben jetzt schon 600 Punkte. Das, äh, läuft ganz gut. Ich, äh, poschiere gerade die Wand hier wieder mal. Das ist nicht gut wiederum. Und, äh, hier kann ich nicht hüften. Ich fahre einfach jetzt hier so schnell wie möglich. Ich wollte die Punkte mitnehmen. Und, äh, nicht die Wand poschieren. Okay. Nicht die Wand poschieren. Sehr nice. Ich habe nachgeschaut, wie lange ich ungefähr gespielt habe. Also, ich habe, ähm, ich muss... Ich habe einiges nachzuholen hier heute in diesen Parts. Das könnte eventuell eine richtig XXL-Folge sein. So, und einmal driften hier. Super. Die Punkte diesmal mitgenommen auch. Oder... Ach, Kudos mitgenommen. Ich sage Kudos. Das ist so Kudos jetzt. Ganz einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Das habe ich schon auch ein paar Mal gedrofft, diesen Witz hier. Das ist eigentlich nicht mehr lustig. So, letzte Runde. Wir haben noch einiges nachzuholen. Ah, komm, schaffe ich das noch? Ach, shit. Aber wir haben schon eigentlich die Punkte so sicher. Okay, ich fahre wieder gerne mal rückwärts hier anscheinend. Wir haben schon die Punkte sicher, aber wir kriegen ja noch Zeitbonus, ne? Vielleicht schaffe ich... Vielleicht schaffe ich... Vielleicht schaffe ich noch meinen Rekord hier. Das wäre doch richtig cool. Wenn ich meinen Rekord hier knacke, dann heißt das, dass ich ja sogar besser spiele als noch... Vor der Pause, sozusagen. Ey, da muss ich mir ernsthaft überlegen, warum ich Scheiße gespielt habe beim Folgen. Aber, ne, komm. Einfach jetzt nach Hause fahren. Wir haben die Punkte jetzt sicher. So, und... Habe ich euch schon gesagt, wie geil sich der Vibrationsmotor anfühlt? Oh, wieder. Egal. Ähm... Also der Controller ist echt geil. Der andere gefällt mir sehr. Sogar. Und ich glaube, ich knacke sogar unser... Ähm... Also den vorhören Rekord. Also... Ich spiele sogar an... Nein, okay, doch nicht. Okay, ich hab's doch nicht. Oder doch, warte. Äh... Mal drei, glaube ich, die Zeit. Und dann ergibt es ja hier die Endzimmer. Yo, Alter, sogar besser als noch vor der... Also... Keine Ahnung, was ich hier anders gemacht habe. Ich spiele anscheinend jetzt besser. Wie geil ist das denn? Okay, Tokio. 2751 Punkte habe ich dort gesammelt. Nice. Äh... Was müssen wir eigentlich erreichen, um Gold zu erreichen? Äh... Wie viele Punkte, wie viel Kudos? Äh... Keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Gucken wir einfach mal. 1006. What? Alter, das war ja aber echt gut, was ich da geschafft habe. 2700 habe ich geschafft. Ist das ein Bug oder habe ich wirklich so viel geschafft? Das weiß ich nicht mehr. Leider kann ich mir ja die Aufnahme nicht mehr anschauen. Deswegen, ähm... No. Scheiße. Egal, ich werde einfach weitermachen, weil anscheinend ist es hier total easy. Okay. Ich kann mal schon die Punkte mitnehmen. Ich glaube... Ich weiß, warum. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Und zwar... Oh, shit. Ähm... Und zwar kann man hier eigentlich immer schön hier driften. Und immer den Multiplikator immer hochhalten. Deswegen habe ich so viele Punkte, glaube ich, gehabt. Am Ende. Dann versuche ich das einfach nochmal. Ja. Die erste Runde müsste ich da ein bisschen gewöhnen hier alles, ne? Neue Strecke und... Keine Ahnung. Aber hier kann man immer schön die Punkte mitnehmen. Sehr nice. Und dementsprechend deswegen... So hoch der gute Stand am Ende. Oh, okay. Okay, das... Daran kann ich euch auch erinnern. Okay. Egal. Immer schön die Punkte mitnehmen. Die erste Runde war miserabel. Die war richtig kacke. Aber trotzdem sollten wir eigentlich Gold schaffen. Ja, ich möchte euch so gerne den ersten Versuch hier zeigen. Also, wo ich hier Gold geschaffen habe. Mit 2700 Punkten. What the fuck. Das ist schon krass. Vielleicht habe ich auch gescheatet. Ich weiß es noch nicht mehr. So genau. Und die genießen wieder die schöne japanische Musik hier. Ja. I-O-I-A-O-I-A-I-U. Ich kann nicht japanisch. Deswegen sage ich irgendetwas. Irgendwelche Fantasie-Wörter oder so. Und... Ist es nicht rassistisch dann auch eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal was man tut. Man wird irgendwie immer als... Irgendwie als Rassist beleidigt. Oder als das und das beleidigt. Das ist... Deswegen einfach die Schnauze halten. Das ist mein Motto, glaube ich. Und... Ja, eigentlich sollte ich dann hier die ganze Zeit nur die Schnauze halten. Und dann... Während ich jetzt präerbe. Das mache ich nicht. Ich muss immer meinen Senf dazu... Sagen. Sag man das so? Ist das... Egal. So, jetzt muss ich aber 700 Punkte sammeln. Das heißt also jetzt hier ohne... Ohne Fehler. Äh... Einmal hier komplett durchrushen. Also ich bin mir sicher, wir schaffen 700 Punkte. Hier. In dieser Runde. Wenn ich halt nicht verkacke. Ich kenne die Strecke jetzt endlich. Und immer schön hier driften. Nicer Driftes machen. So. Und hier auch. Einfach komplett ausnutzen hier. Sieht zwar halt... Fühlt sich zwar halt dann so unsauber an. Wenn man hier die ganze Zeit so extrem krass kürbelt, wie ich das gerade gemacht habe. Aber trotzdem... Ähm... Ist es halt... Effektiv. Wenn es um die Punkte geht halt, ne? So. Immer schön die Punkte mitnehmen. Das schaffen wir hoffentlich noch. Oh ja. Multiplikator schön hochhalten. Jetzt nur bitte nicht die Wand poschieren. Und hier auf diese Pylonen achten einmal kurz. So. Oh. Das war krass. Okay. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Ja. Das reicht locker. Gut. Gut. Okay. Zwar nicht 2751 Punkte. Aber trotzdem. Gold. Hauptsache Gold. Und das reicht auch aus, ne? Hoffentlich. So. Und das nächste Arcade-Rennen kommt noch. Das ist New York. New York. Ich glaube, ich kann mich sogar an die Strecke leicht erinnern. Das war schon nicht ohne, meine ich sogar. Und, äh, ja. Die gewonnenen Kudos werden zu ihrer so und so. Keine Ahnung. Einfach ein bisschen New York genießen jetzt hier. So. Immer schön hier. Immer schön hier die Pylonen mitnehmen und alles. Und Punkte sammeln und alles wie popo. Das ist unser Motto hier. Alter, das ist aber echt eng hier alles. Ah, schade. Nicht die Punkte mitgenommen, leider. So, und immer hier schön Slalom fahren auch, damit wir hier schön die Punkte aufsammeln. Das ist mein Motto. Einfach Punkte sammeln. So. Okay. Und, ach, scheiße. Ich wollte die Punkte nochmal wieder mitnehmen. Hat leider nicht ganz geklappt. 1600 Punkte müssen wir sammeln. Keine Ahnung. Ich glaub, wenn ich, äh, keine Fehler mache, dann sollten wir das auch vielleicht fast toll schaffen. Übrigens, ich weiß noch ganz genau, ich hatte vor der Aufnahme, vor der eigentliche Aufnahme richtig Schuss gehabt hier. Weil Arcade-Rennen ist eigentlich nicht so meins. Oh, das war, oh, knapp, ey. Scheiße. Das war, eigentlich ist das nicht so meins. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt irgendwie. Und jetzt geht das einigermaßen sogar auch. So, und dann hier schon wieder Punkte mitnehmen. Wir haben schon 1500 Punkte gesammelt. Also 500 Punkte, nicht 1500. Also, geht einigermaßen. Ja, ich habe hier immer so Probleme hier. Und nicht vergessen, ne, immer, wir kriegen ja auch noch Zeitbonus. Also, wenn wir jetzt nur 1400 Punkte oder so sammeln, wir schaffen, also jetzt ein Rennen hier, Arcade-Rennen, können wir trotzdem noch Gold schaffen, weil wir kriegen noch am Ende Zeitbonus. Und, okay, 200 Punkte oder so gut beschrieben. Und dann haben wir die 1600 Punkte. Ja, immer diese Mathematik wieder mal. So, und hier schön mit langen Driften und nicht die Wande touchieren. Und, ähm, ja. Ach, shit. Ja, jetzt habe ich hier gar nicht gedriftet. Richtig dumm von mir. Dumm, die, dumm, die, dumm. Okay. Also, wir sollten das schaffen, wenn wir immer so einen Case haben hier. Dann sollten wir das schaffen hier. Hoffentlich. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr nicensteinig aus. Nicensteinig, nice. Ein cooles Wort, den wir mal erfunden. Sehr gamig. So, und dann hier wieder Slalom fahren. Sehr gut. Ich bin gerade so im Flow, merke ich gerade. Also, ich habe einen Tunnelblick hier. Und nicht wundern, warum ich hier so ein Bullshit labere. Wenn ich ein Tunnelblick bin, dann, äh, ja, dann, dann, dann habe ich mit dem Teamshirt hier. Und jetzt konzentriere ich eigentlich nur aufs Fahren hier. Und, äh, die zweite Hälfte vom Gehirn ist dann ausgeschaltet oder so, keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt, äh, ein paar Punkte verloren. Ach, scheiße. Ich darf jetzt nicht über drei Punkte verlieren. Vielleicht schaffe ich das doch nicht. Das wäre dann echt kacke. Oh, ja, sollten wir aber dennoch schaffen. Also, mal drei, dreiundvierzig. Also, ja, locker in diesem. Gut. Auch hier leider nicht unser Rekord geknackt. Aber ist ja auch egal. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich noch in der Aufnahme gemacht? Dann haben wir die Arcade-Rennen jetzt durch hier. Und dann, äh, in der Aufnahme habe ich dann ein cooles Wettbewerb, äh, New York gemacht. Und dann die ersten zwei... Nee, warte. Ich mache mal kurz hier eine Pause. Ich muss kurz nochmal gucken, was ich gemacht habe. Ja, und da bin ich jetzt auch wieder. Also, ja, genau. In eigentlichem Fahrt habe ich die zwei Rennen noch gefahren. Und, äh, ja. Da machen wir das auch einfach hier. Heiße Runde. Und, äh, wenn ich mich nicht täusche, haben wir, glaube ich, dieses Fahrzeug auch dann freigeschaltet. Nach Arcade-Rennen bin ich mir auch jetzt nicht so ganz sicher. Wir werden aber weiterhin mit dem XC fahren, weil ich komme mit dem Wagen irgendwie am besten zurecht. Und hier müssen wir eine heiße Runde drehen, ne? Ähm, ja. Eine heiße Runde. Ich weiß gar nicht. Ich mache mal jetzt... Ich lasse das jetzt einfach bei 700 jetzt. Äh, und da muss ich... Oh, Mathematik. Äh, muss ich 600 sammeln. 600 Punkte sammeln. Lassen wir einfach. Ich glaube, dieser Wert habe ich auch, glaube ich, im Let's Play auch genommen. Deswegen wurde, glaube ich, so auch gespeichert. Deswegen ganz gut, dass, äh, ja, das sollt ihr auch so machen. Ich muss jetzt genießen übrigens. Und wir hören jetzt nice, geile Mucke hier wieder mal. Äh, sehr nice. Und, äh, ja, stimmt. Wenn wir in New York sind, dann, ähm, kommt hier entsprechend eine Mucke hier. Aber wir können erst mal keine Punkte sammeln. Wir müssen erst mal hier die Runde anfangen. Und ich glaube, ich werde mich erst mal auf die erste Runde fokussieren, überhaupt die Runde zu unterbieten jetzt. Und, äh, ja, hier und da vielleicht ein bisschen Punkte sammeln, klar. Aber ich, äh, werde erst mal versuchen, die Runde zu unterbieten. Und dann werde ich anfangen, ähm, zu driften, wenn ich die geschafft habe, die Runde. Und, äh, so ist mein, mein Plan. So habe ich das bestimmt auch gemacht. Da kann ich mich null erinnern, ja. Und, äh, sobald wir das erreicht haben, schon, dann driften wir die ganze Zeit hier. Wie wild. Ja, ich weiß, äh, ziemlich cool und so. So. Okay. Wir haben jetzt schon 100 Punkte, obwohl ich ja gar nicht so richtig, äh, arg gepackt habe zu driften hier. Ähm, wir müssen aber immer noch darauf achten, dass wir die Zeit unterbieten. Und wir kriegen ja noch immer Zeitbonus. Das müssen wir auch nicht vergessen. Das unterschätzt man, glaube ich, auch richtig, dass wir Zeitbonus. Ähm, hat man ja auch gesehen vorhin, als ich New York Arcade-Rennen gemacht habe. Da habe ich ja ziemlich viel Zeitbonus bekommen auch. Und, ja, gut. Aber hier kann ich sowieso jetzt nicht viel machen. Hier zu driften ist, glaube ich, ziemlich wagenutig auch. Wie viele Punkte müssen wir sammeln? Noch mal 600 Punkte, war das? Ja, sollten wir easy schaffen. Da ist das Ziel da auch schon. Sehr nice. Ja, jetzt fokussere ich mich mehr aufs Driften und alles. Bipapo. Ich kann den Geist nicht ausblenden, glaube ich, ne. Wäre schon lustig, wenn ich jetzt, ähm, ne neue Bestzeit hinterlege, also hinkriege. Obwohl ich hier die ganze Zeit, äh, bürfte und so weiter. Das wäre ein bisschen lustig, aber ich glaube, das wird nicht passieren. So, und wir genießen immer noch die tolle, tolle Musik hier. Ähm, und, äh, ja. Wir fahren einfach hier das Rennen zu Ende, ne. Also heiße Runden finde ich auch ein bisschen, ähm, entspannter als so durchschnitts, äh, ran, ne, wo wir durchschnittlich, äh, die Zeit fahren müssen. Hier reicht ja aus, wenn wir nur eine Runde halt unterbieten und dann, hier können wir uns voll und ganz aufs Driften verziehen können und alles. Bipapo. Und das ist schon halt, äh, mega, mega nice. So, hier ein bisschen Driften. Wow, zwei Punkte. Okay, jetzt können wir noch zum Glück mehr Punkte. Okay. Ich werde auf jeden Fall noch weiter sehr viele Punkte sammeln, auch wenn wir jetzt das hier schaffen, locker, wirklich. Ne, wie auch schon im letzten Part gesagt. Immer schon ein cooles Sammler, damit wir auch neue Fahrzeuge freischalten und alles, ne. Gut. 525 schon. Krass. Ich hoffe, dass ich wirklich 600 Punkte sammeln muss, ähm, weil, wir kriegen 7er Punkte, wir müssen 1.300 Punkte erreichen und so, boah. Okay. So, und weiter hier, Driften. Driften, Driften, Driften oder Do, Rift, Do, das sage ich zu wenig. Das ist eigentlich perfekt hier, so Do, Rift, das ist immer so zu sagen. Ich sage das aber zu wenig hier irgendwie. Ich muss aber auch gestehen, ich habe, äh, Inchino-Li-Di nur geguckt. Ich kenne das natürlich von Meme her und alles, ne. Aber, ähm, ich habe Inchino-Li noch nie gesehen, ja. Das ist, ähm, ein bisschen Skandal auch. Da muss ich irgendwann mal nachholen. Ich habe auch generell sehr wenig Animes geguckt in letzter Zeit. Also, noch vor 6 Jahren habe ich ultra viele Animes geguckt. Und jetzt irgendwie kaum noch. Also, das letzte Mal, dass ich Animes geguckt habe oder ein Anime geguckt habe, das ist schon ein Weilchen her, definitiv. Ab und zu mal gucke ich mir auch Animes, wenn ich Urlaub habe. Weil ich nichts zu tun habe dann auch. Weil, wenn ich im Urlaub nehme, dann verbringe ich überhaupt nichts und so, ne. Auch, äh, ja. Keine Ahnung. Und dann gucke ich halt Animes. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Otaku bin oder so. Also, gar keinen Fall. Weil ich bin wirklich einer, der so nebenbei mal nur Anime ist gut. Und das war's mir auch schon. Das war früher halt, wie gesagt, ein bisschen krasser bei mir. Ja. Gut. Auch hier Victory. Sehr nice. Sega. Und, äh, haben hier easy peasy Gold geschafft auch. Sehr gut. So, und das nächste Event, ähm, ist Durchschnittszeit. Ach, das jetzt. Ah, okay. Das, äh, müssen wir auch noch machen. Und, äh, wenn ich mich nicht täusche, ist auch hier schon ausgewählt. Genau, 750. Ich glaube, auch so habe ich das auch gemacht. Und ich habe übrigens noch einen Joker. Äh, fällt mir gerade ein. Ich habe hier überhaupt keinen Joker benutzt. Ja, okay, aber, äh, Durchschnittszeit. Ja, ich hoffe mal, dass ich das jetzt schaffe auch. Ähm, first try. Wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht, ne? Dann ist es halt so. Oh, und es regnet auch noch. Okay, Durchschnittszeit. Äh, warte, 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 wie viele Punkte müssen wir überhaupt sammeln? Scheiße, aber jetzt, äh, gar nicht drauf geachtet. Wir kriegen ja 750 Punkte, wenn wir die Durchschnittszeit hier unterbieten. Und, ähm, ja. Oh ja, wir kriegen mal hier schön hier. Punkte geschenkt. Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte wir nochmal sammeln müssen. Scheiße. Hätte ich vorher nachschauen sollen. Naja, dann eben, äh, nur Rüsten noch fahren. Das ist mein Motto. Ne, das ist eigentlich kein nur Rüsten noch fahren. Ähm, das ist halt dumm von mir. Das ist mein Motto. Dass ich nicht nachgeschaut habe. Mein Gott, ey, ist das dumm, ey. Okay. Ach, wir fahren hier fünf Runden mit uns. Besser fahre ich jetzt einfach ganz normal so meine Punkte zusammen. Ich, äh, ich hoffe, dass wir die Durchschnittszeit auch hier unterbieten und so. Und damit, dass wir uns das doch nicht schaffen. Okay, da ist das Ziel auch schon. Ich habe die erste Runde nicht so gut gefahren eigentlich. Von daher ist das, glaube ich, okay. Uns fehlt noch eine Sekunde. Aber, ähm, okay. Der Start war richtig gut bei mir hier. So, okay, ja, hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Okay. Okay. Mh, ich muss ein bisschen schneller fahren, glaube ich. Ich habe mich richtig, äh, wild geflüchtet. So. Und jetzt, äh, bin ich hier auf die Zeit hier. Okay, das ist schon mal gut. Ich sammle einfach jetzt 800 Punkte oder so. Ja, und, ähm, dann sollten wir das, glaube ich, schon schaffen. Weil ich glaube, hier müssen wir 1.300, äh, oder sie sammeln. Brauche ich eigentlich nur 500 oder 650 Punkte. Nee, 500. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach jetzt blind. Und ich hoffe, dass ich einfach überhaupt Zeit hier unterbieten kann. Aber das sieht schon wieder gut aus. Aber, ja, die Runde habe ich jetzt schon verkackt. Also, den Start zumindest verkackt. So. Okay. Vielleicht kann ich auch ein bisschen schneller fahren, ja. Ich glaube, ich muss nicht so sehr auf die Kultus achten, so. Hauptsache, ich, äh, schaffe die Durchschnittzeit hier auch. Okay. Easy peasy. Alles. Easy peasy, easy peasy. Okay. Sehr nice. Alles passieren. Okay. Ach, wir fahren noch 2 Runden. Das schaffen wir locker. Okay, wir müssen aber wirklich jetzt auf die Zeit achten. Also, 2.000 fehlen uns noch. Okay, der Anfang war jetzt richtig gut. Jetzt eine Zeit unter 8, unter 49. Und dann sollten wir es erst recht schaffen, ja. Oh, mein Gott, ja. Wieder die, äh, Wand pushiert hier. Oh, 6 Zehntel jetzt, ähm, schneller. In der Runde. Die sind ja nur der erste Sektor auch hier, ne. Sehr nice. Ich kenne ja auch, der ist die Strecke ein bisschen besser. Die sind ein bisschen zu engfündig. Hier kann man nicht so geil duften, also nur so kleine duften zu machen. Und, ähm, es ist ziemlich unangenehm hier zu fahren. Ich glaube, die Punkte sollten easy reichen jetzt auch. Also, eigentlich kann ich mich jetzt wirklich voll und ganz jetzt aufs Fahren konzentrieren. Okay. Sieht schon mal gut aus. 48, 2. Weil, äh, trotzdem fahre ich jetzt immer noch, äh, schnelle Runden. Ich würde das nicht übertreiben hier. Ich würde mich hier nicht so viel Zeit, äh, nehmen lassen jetzt. Und ich fahre jetzt noch schneller. Geile Matiko. Ultra Geile Matiko, sage ich ja nur. So, und hier schön einmal, äh, Doriften. Doriften, habe ich gesagt. Nice. Oh, ich habe gebremst, weil ich einen rechten Aloxik-Gutzt benutzt habe. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich da hinten schauen. Ähm, aber wenn man den rechten Aloxik-Gutzt und nach hinten drückt, dann bremst man. Also, wie ein Gantusma eigentlich. Aber trotzdem fahre ich mit den Triggers, also gebe ich Gas mit den Triggers hier. Jetzt komme ich irgendwie besser zurecht hier. Und, jo, wir haben es geschafft. Nice. Sollten wir eigentlich schaffen jetzt, ne? Ich weiß nicht, wie viele Punkte haben wir hier. Gucken wir sofort. Oh, es regnet aber richtig stark hier. 1.200 Punkte und, äh, ja. Ja, das war es dann jetzt auch schon. Ähm, und zwar habe ich dann hier aufgehört dann. Und, äh, ich spiele schon länger als für Flöten. Nice. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.